Hey Leute! Hi! Hattet ihr schon mal das Problem, dass ihr euch der großen Frage stellen musstet, ob ihr Ja oder ob ihr Nein antwortet? Und ja, das war ein komischer Anfang, aber hi! Leute, was geht ab? Wir spielen heute Ja oder Nein. Das ist das Game, was wir heute spielen werden und ich wollte es irgendwie cooler verpacken am Anfang. Hat nicht so hingehauen, war auch ein bisschen cringy, ja? Aber dafür bin ich ja bekannt, liebe Leute. Erstmal, hi, was geht ab? Ich bin Selazo. Wir gamen heute... Wir gamen heute? Oh Gott. Wir spielen heute ein neues Spiel, Leute. Es wird nice, denn wir spielen heute Ja oder Nein. Und wir müssen jetzt hier, glaube ich, einfach mal ausprobieren, wie das Ganze hier funktioniert, weil ich absolut keinen Dunst habe. Yes. Yes. So. Ja oder Nein? Nein! Warum nicht? Nimm es auf. Hä? Netter Versuch, aber dafür bin ich zu schlau. Ah! Ich hab's nicht verstanden. Hä? Wieso? Hä? Okay. Ich glaube, es geht darum, dass wir sie versuchen müssen, auszutricksen. Aber ich bin nicht sicher. Aber erstmal kaufen wir hier ein neues Haushaltsgerät gedöhnt. So. Okay. Schließe deine Augen. Okay. Ich guck nicht hin. Ich seh nichts. Okay. Ich bin fertig. Das sieht gut aus. Okay. Ja oder Nein? Oh, okay. Jetzt sind wir an der Reihe. Okay, okay. Die Qual der Wahl, Leute. Die Qual der Wahl. Warum sagt dieser Finger mir, ich soll Nein sagen? Ich würde jetzt lieber Ja sagen. Warum sagt der Finger mir Nein? Nein. Ich sag jetzt einfach Nein. Nein. Auf keinen Fall. Keine Zitronen. Ey, das wär mega das geile Tischvideo. Ja oder Nein? Alter. Boom. Krass. Übrigens, Leute. Falls ihr die Tischvideos nicht kennt, die kommen nämlich jeden Sonntag bei Roman auf dem Channel Aresul. Und da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Die sind mega, mega cool. Lasst ein Like da, Leute. Ja? Alter. Stark. Okay. Wir haben jetzt einfach mal Nein gesagt. Und die Hand hat uns das verraten, dass wir Nein sagen sollen. Okay. Zeit für Streiche. Okay. Dann sollen wir ein bisschen hier auf ihrem Gesicht malen. Ähm. Ja, was malt man da so? Ich glaube, da malt man schon ein bisschen was. Warte mal. Ich mach hier so ein Smiley auf die Stirn. So. Okay. Oder so. Oh. Was machst du? Ich hab dich nur ein bisschen im Gesicht angemalt. Äh. Okay. Alter, das Spiel ist voll cool. Ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass man nicht so Streiche spielt. Oh. Wir haben wieder 200 Doloronis. Das heißt, wir können hier einmal neue Poster hinhängen. Tschülik. Sieht cool aus. So. Okay. Dann kommt's jetzt hier, äh, in die nächste Runde. Ich bin so gelangweilt. Oh. Versuch's mal. Alter, wie cool das ist von Squid Game. Nice. Halte und berühre. Loslassen. Okay. Oh. Ich hab ein bisschen Angst, um ganz ehrlich zu sein gerade. Ein bisschen Schizzle in a Bizzle. Aber schaut so aus, als ob wir das Herz hier frei prickeln können. Boom. Da ist es. Nice. Das Spiel ist voll geil. WTF, Mann. Cool. Okay. Dann beanspruche ich erstmal hier meine Doloronis. Zeig mal her hier das Ding. So. Hallo? Ist da jemand? Äh, ist da jemand drinne? So. Okay. Ihr Paket ist angekommen. Hier unterschreiben sie auf der Linie. Das ist meine Unterschrift. Nein. Ich muss dafür Werbung gucken. Ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Mann, warum muss ich da immer Werbung gucken? Ah. Weiter. Tag Nummer 5. Schatz, ich will einen Kuss. Ich kenn dich doch erst seit kurzem. Was möchtest du gerade von mir? Schätzchen, mach die Tür auf. Oh nein, mein Vater ist hier. Oh, oh, oh. Jetzt gibt's Ärger. Zum Küssen halten. Okay. Ah. Der Dad darf uns nicht erwischen. Küssen, küss, 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 küss. Oh, okay. Also er kriegt sozusagen ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Los, rumknutschen, schnell. Yeah. Nice. Alter. Chillig. Okay, haben wir hingekriegt. Sehr gut. Weiter geht's. Diese Spiele sind so bescheuert manchmal. Cringe. Oh mein Gott, Lars, du bist so cringe geworden. Mach doch lieber Minecraft. Oh mein Gott. Leute, spart euch die Kommentare. Dankeschön. Weiter. Tag Nummer 6. Kannst du erraten, was ich aufführe? Na klar. Das ist ein Wurm. Ja. Du hast es erfasst. War es zu einfach? Diesmal wird das ein bisschen schwerer. Okay. Was zum Teufel soll das sein? Ein Affe ist es doch, oder? Angeblich King Kong. Willst du mich veräppeln? Woher soll ich das denn wissen? Was soll ich das denn wissen? Der bewegt sich wie ein Affe. So, das ist für mich auch ein Affe. So, rate mal, was ich gerade mache. Ja, das ist der Wurm. Gute Arbeit. Schauspielerich. Zu viel. Dann kommt Runde Nummer 2. Kommt jetzt wieder King Kong? Ja, du bist King Kong. Toll. Wow. Du bist auch super witzig mit deinen gelben Schuhen. Die gelben Schuhe. Ja, gelben Schuhe sind cool. Was ist die? Ein Geopar... Ein Geopart? Ein Geopart, Mann. Der kennt sich einfach gut aus in Geografie. Äh, Känguru. Gute Arbeit. Schauspielerich. Zu viel? Nein, du machst es perfekt, mein Schatz. Das machst du super. Weiter geht's. So, Freitag. Lass uns heute Abend ins Kino gehen. Oha, Junge. Die will, dass ich Geld ausgebe. Nein, danke, Mann. Kein Geld. Ich will nicht mehr mit dir reden. Tja, dann kann ich es auch nicht ändern. Tut mir leid, aber ich gebe kein Geld aus. Wir kennen uns noch nicht so lange. Deswegen, ich möchte kein Geld hier unnötig ausgeben. Lass uns einfach Wahrheit oder Pflicht spielen. Okay, dann drehen wir die Flasche. Oh, was für ein Zufall, hä? Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Okay, sie nimmt Pflicht. Mach die Ice Bucket Challenge und behalte dabei die Kleidung an. Okay, ich mach's. Oh, so kalt. Wow, die Ice Bucket Challenge, Leute. Das ist sowas von 2014. Oder? War das 2014? Oder 2012? Irgendwie sowas. Weiter geht's mit Tag Nummero 8. Los geht's. Ja, was ist das jetzt? Äh. Okay. Hä? Ich check das gar nicht. Okay, lass uns tauschen. Hm. Hm? Hä? Füge mehr hinzu. Jo, Junge, dann füge du auch mal mehr hinzu. Was soll dat? Was willst du hier mit diesen komischen Dings spielen da? Mit diesen Plop Games. Hier ein iPhone. Schlecht gehandelt. Füge mehr hinzu. Hä? Mehr. Ich will mehr. Noch mehr. Noch mehr. Das Ding noch. Und dann will ich noch mehr. Okay, wir handeln. Wir handeln. Gibt's auch ein Ende? Ich nehme mal hier Trade. Okay, lass uns tauschen. Habe ich verloren? Ich habe ein iPhone getauscht gegen diese komischen Plop-Teile da. War das jetzt cool? Was habe ich gerade getan? Um ganz ehrlich zu sein, habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Was habe ich gerade gemacht? Was ist das hier für ein Spiel? Wer bin ich überhaupt? Wer seid ihr eigentlich? Warum guckt ihr mir hier den ganzen Tag zu? Was macht ihr hier? Warum bin ich hier auf eurem Handy oder auf eurem Tablet? Manchmal auch auf dem Fernseher oder manchmal sogar auf der Playstation oder auf der Xbox. Also je nachdem, auf was ihr diese Videos hier schaut. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Mit Tag Nummer 9. Weiter geht's. Wir spielen Schüttel. Schüttel die Flasche. Klaro, dann schüttle ich mal die Flasche. Okay, klar. Ich bin dran. Let's go. Jetzt wirst du mir schütteln dran. Ich glaube, das hat was mit Vibration zu tun, die ich jetzt hier nicht merke, weil ich das nämlich am PC spiele. Okay. Oh, okay. Die Flasche ist schon auf jeden Fall ein bisschen am Rizzlen. Es fühlt sich so an, als würde sie gleich explodieren. Gib mal ab. Junge. Junge, das ist eine tickende Zeitbombe. So. Los, explodier bei dir. Los. Junge. So. Schüttel, 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 schüttel. Ja. Let's go. Ausgetrickst habe ich dich. Das ist mir so peinlich. Ja, warum spielst du dann so ein Spiel überhaupt? Hä? Macht doch gar keinen Sinn, dann sowas zu spielen. Dämlich. Naja. 300 Geld. Hallo, ist da jemand drin? Wenn das jetzt schon wieder der Postbote ist. Jeremy. Raus hier. Signatur. Jo, das hier ist meine Unterschrift. So. Nein, danke. Weg damit. Okay. Mit 300 Dolaronis können wir hier... Bab. Das Zimmer upgraden. Mega nice. Tag Nummer 10. Komm und probiere dieses Spiel mit mir aus. Oh. Oh nee, was ist das denn? Hä? Warum? Hä? Komm schon. Ja, dann... Dann muss es ja hier drunter sein. Was soll das? What's all that? Wow. Netter Versuch, aber ich bin zu schlau. Hä? Wie soll das denn gehen? Haben wir es jetzt geschafft oder haben wir es jetzt nicht geschafft? So wie es ausschaut, habe ich es nicht geschafft. Nicht genügend Geld. Okay. Ah, jetzt spielen wir wieder Ja oder Nein. Okay. Ey, das ist eigentlich die Intention gewesen hier heute, dass wir Ja oder Nein spielen. Aber die ganzen Games hier sind mega, mega cool. Sagt Nein. Sie sagt Ja. Woher weiß sie das? Äh, das sieht köstlich aus. Ja, wisst ihr was? Es sieht immer köstlich aus. Fantastisch. Einfach unglaublich. Und so tanzt sie den ganzen lieben langen Tag. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie, dann lebt sie auch noch heute. Dann tanzt sie noch so heute. Freunde, this is the game. Es ist echt nice. Es gibt auch echt eine ganz schöne Menge, die wir hier noch machen können. Vielleicht sogar einen Part Doth. Vielleicht machen wir sogar noch einen zweiten Part da draus. Falls ihr da drauf Bock habt, meine Freunde. Dann lasst es mich mal gerne wissen in den Kommis. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim weiteren Video. Bis dahin, Leute. Kurs geht raus. Schaltet morgen wieder ein, 14.30 Uhr. Tschüss.